Wer den Sommer schon abgeschrieben hat, der wird sich in der nächsten Zeit wundern. Denn der September-Sommer, der dreht voll auf. Doch wie heiß wird's und wie lange bleibt die Wärme? Und damit Hallo hier bei Wetter Online. Ja, derzeit scheint zwar auch schon häufig die Sonne, aber die Temperaturen, die sind noch ziemlich angenehm. Aber genau das wird sich nächste Woche ändern, dann macht der September nämlich auf Hochsommer. Verantwortlich für die Heißzeit mitten im September sind ein Hoch knapp östlich von uns und ein Tief über dem Atlantik. Zwischen den beiden wird aus dem Mittelmeerraum für die Jahreszeit ungewöhnlich warme bis heiße Luft angezapft. Ja, schon am Wochenende, da steigen die Temperaturen im Südwesten nach kurzer Abkühlung auf Werte bis zu 30 Grad. Nächste Woche geht's dann noch weiter bergauf. Am Montag und Dienstag sind nach derzeitigem Bestand verbreitet Höchstwerte zwischen 28 und 32 Grad drin. Entlang des Rheins vielleicht sogar noch ein, zwei Grad mehr. Dazu scheint meist die Sonne. Ja, auch in den Nächten, da wird's deutlich milder und das Ganze erinnert dann eher an Sommer als an Herbst. Während es zuletzt bei Tiefstwerten von teils unter 5 Grad ziemlich frisch war, geht es in den Städten nächste Woche dann nachts kaum noch auf Werte unter 18 Grad. Tja, und wie lange bleibt uns der September-Sommer erhalten? Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Am wahrscheinlichsten ist es derzeit, dass sich die Wärme im Westen und Süden länger hält, während es sich im Norden und Osten im Wochenverlauf deutlich abkühlt. Das ist aber nur eine Variante, eine zweite sieht landesweit eine deutliche Abkühlung und daran sieht man, dass es wirklich noch sehr, sehr unsicher ist, was vor allen Dingen ab nächster Woche Mittwoch passiert. Eines scheint aber ziemlich sicher, nennenswerter Regen ist in weiten Landesteilen bis Monatsmitte und teils sogar darüber hinaus nicht in Sicht. Wie warm oder heiß es bei euch wird, das erfahrt ihr natürlich am besten mit der WetterOnline-App. Eines ist aber ganz sicher, der Herbst, der kommt. Ich bin Björn Goldhausen von WetterOnline. Ich bin Björn Goldhausen von WetterOnline.